Was suchst du? Ich suche meinen Schlafsack. Wofür brauchst du einen Schlafsack? Wofür brauchst du einen Schlafsack? Wir wollen morgen an einem See zelten. Andreas hat ein Zelt. Andreas hat ein Zelt. Carmen hat eine Taschenlampe. Carmen hat eine Taschenlampe. Wir machen ein Lagerfeuer. Wir machen ein Lagerfeuer. Anschließend schauen wir uns den Sternenhimmel an. Ich will in meinem Schlafsack schlafen. Ich will in meinem Schlafsack schlafen. Weißt du, wo mein Schlafsack ist? Ich will in meinem Schlafsack schlafen. Untertitelung des ZDF, 2020